Internet und YouTube, es ist endlich soweit. Quantum ist total aufgeregt, so aufgeregt, dass er sich eben eingeschissen hat vor Freude. Wir haben nämlich endlich unsere Rock Drake. Quantum, was hast du denn da wieder gemacht? Ich hab gepupst. Boller, Boller. Ich boller nie. Du kannst mal naschen, wenn du willst. Ich geh, du bist so eine kranke Person. Weißt du, du bist ein krankes, widerliches Ding. Das ist voll nahhaft. Nein, ist es nicht. Deine Kacke ist nicht nahhaft. Deine Kacke ist widerlich. Einfach nur widerlich. Die sind gar keine Babys mehr. Die sind groß. Die können jetzt schon ganz alleine Kacke machen. Die brauchen dich nicht mehr. Ich weiß, du hast es ja genossen, ihnen immer wieder den Arsch abzuwischen. Aber die Zeiten sind vorbei. Du musst sie ziehen lassen, Quantum. Wenn du sie liebst, dann lässt du sie ziehen. Ja, warum gehst du da nicht endlich? Aber mich liebst du ja nicht richtig anscheinend. Sonst würdest du mich ziehen lassen. Quantum. Es steht dir frei zu gehen. Was hast du hier schon wieder gebaut? Was ist das plötzlich? Der Schneckenkerker? Ja, ich weiß nicht, warum du diese ekligen Viecher hier drin behagst. Ich gitt, was züchtest du denn für Kreaturen? Was sind die für ekelhafte Geräusche machen, wenn sie essen? Nee. Wah. Soll ich dir mal eine geben zum Küssen? Hier, nimm eine. Schneckenschlacht. Hast du deinen eigenen Sexbunker da drin machen mit den Schnecken? Ich gitt, warum ist eigentlich immer bei dir alles Sex, weißt du? Alles ist Sex. Ich rieche die langsam über dich drüber. Alles ist Sex. Schau mal hier, das ist nahrhafter Kot hier drüben. Das ist nahrhafter Kot. Hebt ihr mal auf. Du bist hier der Kot-Nascher. So, was ist denn jetzt los? Sind die jetzt endlich mal fertig hier, deine Brut? Was hast du noch so getrieben? Was gibt's noch? Oh Gott, 6. Zählt mit. Oh, hier. Baupläne. Ist ja wie Silvester. Ist es nicht meiner hier? Nee, Ice King ist deiner. Meiner ist hier drüben Feuersturm und Frostbrand. Was für originelle Namen. Wie in der anderen Art folgen. 100! Ja, endlich! Da sind sie. Schreien sie. Unsere Kinder. Unsere Kinder. Es hat ja nur 100 Jahre gedauert. Aber wie es scheint, sind sie glücklich. Nennen sie doch Lucina. Ah, nice. Meiner ist männlich. Ich habe einmal Weibchen, einmal Männchen. Und du hier drüben? Der ist im Weg. What the fuck? Was waren das denn gerade für ein Mega-Rockler? Die sind wichtig, die Grabben. Die sind wichtig. Das verstehst du nur nicht. Oh, was denn? Frostbrand. Wow. Die können ja richtig gut springen. Aber wie gleiten sie? Das ist C. C. Wow, ich gleite. Oh, ich bin unsichtbar. Ich gleite. Sie ist unsichtbar. Boah, ultimative Drachen. Wir besitzen sie endlich. Kaum zu glauben. Leertaste gedrückt halten. Und dann gleiten sie. Guck mal, die krabbeln überall dran hoch. Sind die nicht cool? Ich bin auch unsichtbar. Oh, ich brauche unbedingt diese Tag-Ausrüstung. Die können überall hoch? Ja, das ist super. Trotzdem hänge ich jetzt gerade zwischen Steine. Ja, aber wie lange kann man denn unsichtbar bleiben? Das kostet Ausdauer, oder? Ja. Kostet das Ausdauer? Ja, ja. Und zwar ganz gut sogar. Ja, was leveln wir denn? Schaden? Ausdauer wahrscheinlich dann viel. Weil Leben haben die eigentlich relativ kräftig. Gleitet er nicht automatisch? Ne, nix. Ja, gedrückt halten. Ich kann ja kampf... Ja, tue ich ja. Kann ich nicht leveln. Kannst du Nahkampf leveln? Äh, Nahkampfschaden? Ja. Ich kann bei mir das nicht leveln. Die Venom-Dinger können wir jetzt rauswerfen, oder? Die brauchen sie nicht mehr. Ey, ja. Das soll da verrotten. Das ist mir wüsst. So, Ausdauer anscheinend. Die sehen aber auch biestig aus, oder? Ich finde, die sehen geil aus, die Viecher. Ich gleite davon, Quantum! Ich gehe jetzt hoch an die Oberfläche. Kommst du mit? Warte, ich gehe mal auf 50.000 Gesundheit und Ausdauer. Die will Schaden machen. Die haben 900 machen. Die von wegen. Die machen keinen Schaden. Totaler Bullshit. Die machen richtig gut Damage. 900 schon so? Ja, und ich habe noch gar nichts gelevelt rein. Ich habe sogar noch ein Ei dabei. Ein 200er Ei. Nee, die sind richtig stark, die Viecher. Wow, Ausdauer verbrauchen die selbst beim normalen Laufen, ja. Echt? Ja, die brauchen ganz gut Ausdauer. Ganz schön, ja. Ich glaube, den Rest pumpe ich alles in Ausdauer jetzt noch. Wow, wow, wow. Ich hebe ab. Und ich lande wieder wie ein Stein. Ich bin unten am Wasser. Hui. Holy shit. Die sind geil, oder? Die sind absolut geil. Aber wie kriege ich denn nochmal Aufwind? Ah, nochmal drücken. Dann kriegst du nochmal so ein bisschen Aufwind. Boah, das ist cool. Das ist mega cool. Okay, der Angriff ist sau langsam. Geht. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Alter, wie geil ist das denn? Wie viel Damage hast du? Ich bin auch 561. Wir sind da eben gerade runtergesprungen. Wie viel Damage hast du? 561. Prozent. Nee. Achso, wie viel Prozent? Damage. Ich habe... 1.200. Ich kann mein Damage nicht leveln. Ich kann Gewicht, aber ich kann... 1.400. Ich habe 1.500. Und ich kann nicht weitergehen aus irgendeinem Grund. Das geht nicht. Warum? Warum kann ich hier nicht weiter... Abgehen? Was Schaden angeht. Warte mal, ich steige mal ab. Und versuche es dann. Das ist gar nicht, wo du wieder verschwunden bist. Ich bin nach oben einfach mal. Einfach mal frech nach oben gehen, dachte ich mir. Ernteeinstellung. Erstmal hier den Kram deaktivieren, weil der sammelt ganz gut Schrott. Ich gehe zu unserer alten Basis. Weißt du, wo die ist? Nee. Du hast ja eine Orientierung, ne? Furchtbar. Null. Null. Echt null. Ja, aber mit denen sollten wir doch jetzt eigentlich auch schnell da runterkommen. In die Drachenhöhle, oder? Jetzt können wir uns doch Eier ohne Ende besorgen. Mann, warum blutest du denn? Genug. Mann, ich will meinen Schaden leveln, aber es geht nicht. Ich will mehr Damage. Ich werde jetzt an die Oberfläche gehen. Mit meinem strahlen Schutz dann zu. Genau das mache ich. Oh shit, habe ich den was an? Ne, du hast keinen Helm an, glaube ich, ne? Helm, ja. Guck mal, da bist du doch. Ja. Also du kannst deinen Schaden noch leveln. Ja. Ja, ich nicht. Aus irgendeinem Grund. Ne, geht nicht. Ich glaube, ich baue ja gar nicht mehr. Ich glaube, Ausdauer ist ganz gut. Ausdauer ist mega wichtig, glaube ich, bei denen hier. Und 50.000 Leben reicht. Ja, 50.000 auf jeden Fall. Wie viel Ausdauer hast du? Ähm, 15.000. Und du? Jetzt noch 14.000. Wollen wir mal ganz nach oben? Jetzt verglühen wir uns den Tod. Zum Glück haben wir noch Ersatzdrachen. Die ganzen Bäume auch rauf hier. Das ist so sexy. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich gehe jetzt nach oben an die Oberfläche. Niemand kann mich stoppen. Alter, ich finde den Drachen super. Ich werde mir noch einen krasseren besorgen unten. Zumindest werde ich es versuchen. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Klettern, finde ich. Boah, wie er hochzieht. Steck ich denn jetzt fest hier. Komm schon. Kamerawinkel des Todes. Ich will wissen, ob man... Wo geht es denn hier noch weiter hoch? Ich bin schon dabei, hochzuklettern. Ich will zumindest mal auf diesen großen Stein hier drüben. Komm schon. Machen wir mal die Pilze da weg. Wo bin ich jetzt? Okay, ich komme noch nach oben. Ich will ins Land der Strahlung. Huiiii. Wo bin ich denn? Ich bin ganz oben, Quenny. Ich komme immer weiter hoch. Die Sonne blendet mich. Oh ne, hier oben ist Ende. Du kannst da gar nicht ganz hoch anscheinend. Wuhu. Mega. Wir hatten doch so eine Ecke, wo man an die Oberfläche konnte. Erinnerst du dich? Ne. Na, du weißt schon da, wo es irgendwie so hell war. Und so heiß. Ja, aber da ging es dir nicht weiter. Ja, vielleicht jetzt mit den Drachen. Wir sind ja nie geklettert. Wollen wir da mal hin? Du, wenn ich wüsste, wo das war. Hast du ein GPS? Habe ich dabei? Ja. Aber ich habe keins dabei. Das war bei den gelben Kristallen. Ich glaube, da hinten war das, wo ich jetzt gerade drauf zugehe. Wow, hier kann man voll rüberfliegen. Geil. Fast so schön wie fliegen, ne? Gleiten ist fast so schön wie fliegen. Hm. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Auf jeden Fall ist da hinten eine Höhle, oder? Ach ne, das ist nur ein Durchgang. Boah, das sieht aber echt geil aus, wenn du hier durch die Gegend gleitest. Das hat schon Stil. Es gibt auch Dungeons. Aber nur keine Ahnung, wo die sind. Ich bin jetzt bei diesem großen See. Aha. Da, wo wir mal versucht haben, eine Grabbe zu holen. Und auf einmal waren die Grabben spontan ausgestorben. Nee, wo waren das? Wir waren doch mal an so einem Spot, wo es nach oben ging. Wo war das nur? Oh! Ach shit, hier ist Ende. Ich komme hier nicht hoch. Nee, du kommst nicht hoch. Es ist irgendwie einfach Ende. Ja, ja, hier ist Map Ende. Aber es gibt trotzdem eine Welt oben, wo du hinkannst. Ja, irgendwo muss es ja gehen. Ja, da, wo wir waren. Ich glaube, da muss man jetzt hochklettern. Ich suche die Stelle gerade. Es ist so cool, mit einem Drachen durch die Gegend zu gleiten. Hallo? Hallo? Jesus Christus, ich dachte, ich hänge fest hier. Dann wäre ich ausgeflipft. Es war doch irgendwo bei diesen Kristallen, wo wir zum ersten Mal diese ganz großen Kristallen gesehen haben. Kristallen? Kristalle. Du bist über mir. Echt? Wo bist denn du? Ja, hier muss es doch gewesen sein. Es war doch irgendwie. Ja, hier war aber Map Ende hier rum. Ja, nee. Wir müssen durch diesen Durchgang. Warte mal. Karte. Das muss irgendwo hier sein. Auf jeden Fall auf der Seite hier. Hier geht es irgendwo hoch. Weißt du noch, wo wir mit den Viechern so komisch draufgesprungen sind? Da hinten. Da hinten ist die Höhle. Ah ja, genau. Ja, das ist es. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Es gibt doch nicht so eine große Höhle und dann ist da nichts drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo, 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 wo. Jesus Christ. Okay, Achtung. Hier wird es heiß, ne? Ich bin nicht groß. Guck mal, da oben geht es doch hoch. Klar. Die Oberfläche. Wir sind oben. So, das ist der einzige Weg hier. Keine Ahnung. Oh, hier ist es ja sehr gemütlich. Oder? Wollen wir hier eine kleine Behausung machen? Na, hier ist ja schick. Wird mir ja schlecht. Hier gibt es aber auch wieder dieses komische Element. Verleben die irgendwie Leben oder so? Ne, denen geht es gut, oder? Denen geht es gut, anscheinend. Nicht, dass die Strahlung hier nichts... Ich habe aber ganz schön Leben verloren. Und was? Wow! Was greift mich an? Nein, 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 nein. Ich darf keinen Schaden nehmen. Ich als Spieler darf keinen Schaden nehmen. Sonst geht meine Rüstung kaputt. Okay, alles gut. Denkst du, hier könnte man überleben, wenn man hier eine Basis baut? Ich habe eigentlich ganz schön Leben verloren. Hast du denn auch einen Helm an? Nein, nicht ich, der Drache. Ach so. Vielleicht, weil du Leben so stark gelevelt hast. Wenn du das levelst, dann, ähm... Uh! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Guck dir das mal an, hier kommt ganz viele Reaper. Und der eine ist komplett giftgrün. Die sind voll eklig. Oh, wie cool! Wow! Sei vorsichtig, die können dich befruchten, ne? Ich will nicht befruchten. Die wollen dich befruchten. Aber da musste sie, glaube ich, auf 2000 Leben, musste sie runterdrücken. Der Reaper sieht aber... Kann man den reiten? Ja, kann man reiten. Ohne Sattel, glaube ich, sogar. Ist Reaper die bessere Variante von einem Rock-Track? Der Reaper ist, glaube ich, fast so groß wie so ein Gigano-Tor, wenn du den King hast. Und Reaper ist ziemlich krass. Ey, die sterben aber nicht, ne? Oh oh! Was ist los? Ich weiß nicht, irgendwas hat er mich... Sick! Na okay, wir sind schon wieder vorbei, die Aktion. Ne? Die scheinen auch zu brennen wie die Nameless. Wow, 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 ich bin komplett blind! Oh, ich verliere Leben. Oh shit! Was ist los? Ich verliere Leben. Ist irgendwas kaputt bei mir? Ich weiß nicht warum, aber ich verliere Leben. Ah, jetzt geht's wieder. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas verloren. Vielleicht der Seeker. Ja. Oh, komm schon, jetzt mach ihn doch mal tot! Quenny, töte das Ding! Wenn der Kreis des Todes! Ja, ich muss ja umdrehen! Jesus Christ! Scheiße! Sie auch was sehen. Ey, diese Seekers sind echt stark. Na, jetzt können wir die Nameless rein. Ja, aber guck mal, da hinten strahlt irgendwas. Ja, aber die Nameless fliegen nicht. Da kannst du einfach wegfliegen. Wollen wir zum Licht? Führ mich zum Licht. Das heilige Licht. Führ mich hoch. Achtung! Kommt schon wieder so ein... Alter, ich mach dem Ding nur... Die kommen aus dem Boden raus. Oh mein Gott, ich mach dem gar keinen Schaden. Nee, nee, kein Schaden hier. Oh oh. Boah, ich geh da hinten zu dem Obelisken. Oh, die spawnen überall aus dem Boden raus. Renn! Geh zum grünen, äh, lila Obelisken, meine ich. Ey, das sieht geil aus, oder? Holy shit. Glaubst du, hier oben gibt's irgendeinen Dungeon oder sowas? Warte mal, hier kann man irgendwas machen. Die Viecher kommen, ich würde mich wieder raufsetzen. Okay, okay. Gut. Okay. Was ist da drin? Oh, da ist sich irgendwas kaltes drin. Keine Ahnung, bestimmt ist da irgendwas geiles drin oder man kann irgendwas beschwören. Das sind doch diese Ritual-Dinger hier. Was ich, wenn ich mich unsichtbar mache? Bup, ich bin weg. Ihr seht mich nicht. Doch, sie sehen mich. Okay. Ich bin unsichtbar. Sehen sie mich? Mach ich halt nochmal Licht an. Warte. Licht. Und schon kommen die Seeker. Ey, das gibt's nicht. Oh, hier sind aber jetzt tausend. Okay, das ist ein bisschen blöd jetzt. Dann flieg weg. Oh mein Gott, Dreh um. Warum sind die tippt um mir jetzt alle her? Weil ich unsichtbar bin. Gekonnt unsichtbar. Ich schwebe hier mal weg. Die verfolgen mich trotzdem mal, wenn ich unsichtbar bin. Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn? Ich krabbel in der Luft rum. Ich kann nicht aufhören, mich zu bewegen. Quenny? Quantum? Ne? Was war das eben für ein Mega-Ruckler? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ja, Weihnachtsmann hat mich gefunden. Keine Ahnung, ich geh wieder zum Obelisken. Oder? Treffpunkt Obelisk. Ey, hier kommen so viele Reaper. I believe I can fly. Oh mein Gott, der Wendekreis von dem Vier. Ich glaube, die Oberfläche müssen wir mal erkunden bei Tag. Hier gibt es auf jeden Fall viel Metall und Obsidieren. Dreh dich doch um! Ich gehe jetzt zum lilanen Obelisken. Da, wo wir uns eben verloren haben. Bist du auch da? Ich flüchte hier gerade im Moment. Komm zurück. Ach du. Ey, du kannst hier keinen Schritt gehen, ohne dass du ein Reaper aus dem Boden kommst. Nö, nö. Die Viecher tun weh. Ja, warum sind das zu viele? Irgendwann muss nochmal Schluss sein. Ich bin verstrahlt. Die verseuchen mich auch. Diese scheiß Viecher. Ne, die spawnen hier permanent. Sind schon wieder tausend hier. Weg, 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 weg. Ey, ich bin blind. Es sind tausend hier. Ja, komm, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt ist das fucking Licht hier. Dann gehen wir wieder zurück. Flieg mir nach. Dann kommen die Sieger. Lass uns abhauen. Gehen wir wieder zurück und ja, dann ist die Folge schon wieder vorbei, oder? Siehst du mich noch? Ich bin jetzt bei diesem goldenen Licht wieder. Das ist halt ein Loot. Oh, das ist sogar ein richtiges Loot. Oh Gott, was sind das hier für Lags? Ich hab keine Lags. Ich wurde eben wieder 1000 Kilometer zurückgesetzt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich total vergiftet. Mein Vieh ist wieder total verstrahlt. Alter, ich komm hier nicht weg. Ich werde zerstückelt von 1000 Reaper. Oh mein Gott. Mann. Ey, ich bin da drüben. In der Ecke. Hallo. Ach du heilige Scheiße, wie viele sind das denn? Sie sind 1000, schnell weg hier. Ich kann nicht. Ich bin blind und verstrahlt. Ich vergifte mich hier in der Ecke. Venni. Du musst mich retten. Wie retten? Geh doch. Ich kann nicht. Oh Gott. Sie verfolgen mich ja auch. Ich kann nichts retten. Ihr sind 1000 Kilometer. Was ist das für eine Scheißgegend? Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Mann. Ich werde hier sterben. Ich werde sterben. Nein. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ja, ich bin tot. Oh Gott. Hier sieht der Taos aus. Ich bin tot. Ja, das war der Ausflug mit den Drachen. Vielleicht kannst du mal ihn wegpfeifen. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gepfiffen, aber ich weiß nicht, ob er hier rauskommt. Oh mein Gott. Nee, der kommt nicht raus. Der hängt fest. Und hier sind Taos. Oh mein Gott. Jesus ist down. Ja, Jesus ist auf jeden Fall down. Aber der wird wieder aufstehen in der nächsten Folge. Scheiße. Tja, Leute. Oh mein Gott. Au. Das war unser Drachenausflug. Er endete böse und tödlich. Ich kann mich nicht richtig bewegen, weil ich down vergift bin. Ja, mein Drache war irgendwie verbuggt. Ich konnte seinen Angriff nicht leveln. Ja, ich konnte... Der andere geht mit Angriff. Keine Ahnung. Vielleicht war er schon zu hoch vom Angriff. Ja, aber... Denkst du, sowas ist möglich? Naja, nee. Das ergibt keinen Sinn eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Gut. Die Folge ist vorbei. Das war sie. Die legendäre Drachenfolge. In der nächsten Folge retten wir meinen Drachen. Hoffentlich. Irgendwie. Ob der überleben wird, ist die andere Frage. Er hat viel Leben. Ich werde mich jetzt gleich mit einem nächsten Drachen auf Rettungsmissionen begeben. Ich bedanke mich fürs Zusehen beim nächsten Mal wieder einschalten. Bewährt nicht vergessen für die Doppelfolge. Schaut mal bei Quantum vorbei, denn der hungert. Er hat gemeint, er hat nicht genügend Likes und weiß nicht, ob er den Winter überstehen wird. Sieht bitter aus, oder? Ich gehe nicht gut. Nee. Er weiß nicht, wie lange noch. Er weiß nicht, wie lange noch. Helft ihm mit ein paar Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. led nouveau 최atoon. ün